Das ist ja gütig von euch. Wir sind ja dankbar, dass ihr da seid, gell? Dann bitte nicht auch weiter vor. Martin, kannst du? So, schau doch bitte. So ein schwarzer Hut mit der Regierungsbehörde. So, gib doch mal eurer Kommando, bitte. Sind alle fertig? Ja. Dann, drei, zwei, eins. Und noch einmal. 14 Meter, dann wird's von unten. Ja, genau. Der Gerhard Marschner wird da jetzt gleich einen reiktartigen Wettbewerb starten. Sand-Weitwurf oder sowas. Drei, zwei, eins.